Wir Menschen sind mit unserer Geschichte identifiziert. Das heißt, wir haben einen Namen, einen Geburtsort, Geschwister, Eltern, die wiederum Namen haben, einen Beruf und einen Geburtstag. Wir haben Schwächen, Stärken und Vorlieben. An manche Dinge glauben wir, zum Beispiel daran, dass wir gut in Mathematik sind, wenn wir das während unserer Schulzeit so erlebt haben. Und an andere Dinge glauben wir nicht, wie zum Beispiel daran, dass es eine geistige Welt gibt, um nur irgendein Beispiel zu nennen. Doch auch mit den Umständen, an die wir nicht glauben, sind wir identifiziert. Und in Summe ergeben all diese Dinge, an die wir glauben und an die wir nicht glauben, etwas, das sich Persönlichkeit nennt. Es gibt auch viele Glaubenssätze, wie zum Beispiel der interne Glaube daran, dass ich es nicht wert bin, erfolgreich zu sein. Und auch damit kann man identifiziert sein. Je nachdem, wie stark diese Identifikation ist, so in Anführung fest, sind wir in dieser Persönlichkeit verankert. Unser ganzes Weltbild hängt daran. Und wenn wir so fest verwurzelt in diesem Konzept Persönlichkeit sind, ist es sehr schwer, wirklich bewusst zu werden, wie man das so nennt. Denn aus spiritueller Sicht ist genau diese Identifikation die Illusion. Alles in unserer Welt ist Illusion. Maya. Diese Illusion kann sehr leidvoll werden, wenn wir zum Beispiel in irgendeiner Weise Missbrauch erfahren haben. Aber auch wenn wir keinen Missbrauch erfahren haben, ist die Erfahrung in dieser so sehr festen, drückenden Dimension der dritten Dimension sehr leidvoll. Wir sind uns dessen nicht immer bewusst. Um genau zu sein, die wenigsten nehmen diese drückende Enge überhaupt wahr. Wir sind es gewöhnt, in dieser drückenden Enge zu leben. Diese Dimension ist äußerst solide. Alles ist fest, weil es hier eben sehr viel Materie gibt und der Geist hat etwas Mühe, hier zu manifestieren. Zwar tut er dies hier auch, aber nur sehr langsam. Es ist hier nicht so, dass du einen Gedanken denkst und schwupps hast du das erschaffen, zum Beispiel eine Gitarre oder einen Tisch, ein Haus oder eine Straße, woran du eben gerade gedacht hast. Die Manifestation dauert sehr viel länger. Du müsstest über lange Zeit denselben Gedanken denken und möglichst viel emotionale Ladung mitgeben. Das tun wir alle jeden Tag. Schau dir dein Leben an. Du hast es manifestiert. Durch die Gedanken, die du Tag ein, Tag aus wiederholst, zumeist unbewusst. Dir ist also in der Regel nicht bewusst, dass du manifestierst. Ich finde das sehr schade, denn wenn wir bewusst manifestieren würden, würden wir sehr wahrscheinlich glücklichere Umstände manifestieren. Es würde jedoch viel Disziplin benötigen, unsere Gedanken zu steuern. Ich kam zu dem Schluss, dass ich, um diese drückende Enge der dritten Dimension nicht mehr so stark fühlen zu müssen, einer täglichen spirituellen Praxis nachgehen musste. Im Januar 2018 entschloss ich mich also, mich einer täglichen spirituellen Praxis zu widmen. Ich wählte tägliche Meditation. Und da es bei mir um die Ecke ein Yoga-Zentrum gibt, in dem man an einer Kundalini-Meditation teilnehmen konnte, begab ich mich dorthin und nahm an meiner ersten Gruppenmeditation teil. Ab dann machte ich die Meditation jeden Tag zu Hause. Es wurden rasch 20 Minuten am Tag. Und dann 30 Minuten. Und recht schnell, nach circa zwei Wochen, hatte ich das Gefühl, auch dann im meditativen Zustand zu sein, wenn ich nicht auf meinem Meditationskissen saß. Mein Körper fühlte sich sehr viel leichter an. Ich fing an, eine Art Energiekreislauf im Oberkörper wahrzunehmen. Und während der Meditationen auf meinem Meditationskissen, auf die ich mich jeden Tag sehr freute, empfing ich Symbole, die ich nicht kannte. Mein Körper war außergewöhnlich ruhig. Die sogenannten Mikrobewegungen verschwanden. Und ich klimperte weniger mit den Augen. Ich fühlte mich so ruhig. Nichts konnte mich aus der Ruhe bringen. Ich hatte das Gefühl, ich bin völlig im Frieden mit mir. Zudem wurde ich sehr oft auf der Straße von völlig fremden Menschen gegrüßt. Oder es suchten Menschen meine Nähe, wenn ich im Café oder Ähnlichem saß, und wollten ein Gespräch mit mir führen. Manchmal erzählten sie mir einfach ihre Sorgen. Es war wirklich merkwürdig. In der U-Bahn starrte mich ein Mann böse an. Er saß ein paar Bänke von mir entfernt. Dann stand er auf, wie mir schien, um mich näher zu betrachten. Aber ich hatte den Eindruck, dass er wütend auf mich war. Ich beobachtete ihn aus meinem Augenwinkel. Als ich ihn anschaute, war er sehr erschrocken und schien verunsichert zu sein. Dann stieg er schnell aus. Eines Abends lag ich auf meinem Sofa in meinem Wohnzimmer. Dann geschah es. Eines Abends lag ich auf meinem Sofa in meinem Wohnzimmer. Ich lag so da, als ich plötzlich sah, wie sich mein blau glitzernder, feinstofflicher Körper aus meinem physischen Körper hob. Es geschah sehr langsam. Es war, als wäre mein feinstofflicher Körper auf eine merkwürdige Art schwer. Die Ablösung ging nur extrem langsam und ich konnte nichts willentlich beeinflussen. Ich konnte nur beobachten. Immer mehr hob sich der feinstoffliche Oberkörper aus dem physischen Körper heraus. Ich fand es sehr aufregend. Ich blickte über meine rechte Schulter nach hinten und sah dort meinen physischen Körper liegen. Ich konnte es kaum glauben. Dann blickte ich über meine linke Schulter nach hinten und sah wieder meinen physischen Körper dort liegen. Es war vorher kein Knacken oder laute Geräusche zu hören, von denen man immer wieder hört, dass sie beim Körperaustritt geschehen. Nun saß ich mit aufrechtem Oberkörper auf meinem Sofa. Die Beine noch im physischen Körper. Der Oberkörper losgelöst vom physischen Körper. So saß ich da und beobachtete das Glitzern meines feinstofflichen Körpers. Mir kamen einige Sätze von Eckart Tolle in den Sinn, der einmal gesagt hat, dass die Materie unserer Körper einmal das Innere der Sterne war. Dann war es, als hätte jemand mit dem Finger geschnippt und ich war wieder im physischen Körper. Ich musste fürchterlich lachen, weil es so aufregend war. Ich wusste, dass ich nicht geträumt hatte, weil ich in den Wochen mehrere außerkörperliche Erfahrungen hatte, die ich gern noch schildern werde, falls Dich das interessiert. Schreibe es mir gern unter das Video. Ab da war meine Welt völlig verändert. Wieso hat uns noch nie jemand gesagt, dass diese paar Jahre in dieser merkwürdigen Dimension nur sehr temporär sind? Wenn das möglich ist, den Körper zu verlassen, dann müssen wir freiwillig hier drin sein. Aber warum sollten wir das tun? Es ist ja nicht unbedingt spaßig hier. Also was bedeutet das alles? Hast Du vielleicht ein paar Gedanken dazu? Oder ist Dir möglicherweise Ähnliches passiert? Warum müssen wir uns erst von dieser starren Identifikation mit unseren Gedanken lösen, um bewusst eine außerkörperliche Erfahrung zu haben? Warum fühlt man sich so viel wohler, ruhiger, friedlicher und leichter, wenn man bewusster wird? Ich kann nur so viel sicher sagen. Jede außerkörperliche Erfahrung untermauert meinen Verdacht, dass das Leben hier sehr weit entfernt von dem ist, was wir eigentlich sind. Für mich war die Meditation die Lösung für alle Holprigkeiten, die das Leben so mit sich bringt. Nichts, keine Psychotherapie, keine guten Freunde, auch wenn sie sehr wichtig sind, kein Geld der Welt, kann einen von den Irrungen und Wirrungen dieses Lebens befreien. Nichts kann uns unsere Schmerzen und Ängste so effektiv nehmen, wie die Lösung der Identifikation mit unseren Gedanken. Und bis heute sind es leider immer noch recht wenige Menschen, die das aus erster Hand wissen. Es ist wie ein offenes Geheimnis, etwas, das in uns liegt und mit Loslassen zu tun hat. Stattdessen schauen wir immer nach außen, um dort die Lösung für unsere Probleme zu finden. Und so wie unsere Welt funktioniert, habe ich fast den Eindruck, dass sie, so wie sie ist, dazu designt wurde, dass wir ja bloß nicht dahinter kommen, dass wir alles, was es an Verlockungen da draußen gibt, überhaupt nicht brauchen. Wir brauchen das alles nicht nur nicht, es lenkt uns alles nur davon ab, wer wir wirklich sind. So gesehen ist die Welt absolut verrückt. Hast Du vielleicht ein paar Gedanken zu meiner Erfahrung und den Schlüssen, die ich daraus gezogen habe? Glaubst Du, es könnte tatsächlich sein, dass wir absichtlich nicht nach innen schauen sollten, um unsere Wahrheit dort zu finden? Sollte Dir Content wie dieser zusagen, hinterlasse mir gern ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Ich freue mich sehr, Dich beim nächsten Video von Norik Extreme wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!